das ist mein kräuter winter safe mit der entsprechenden lampe da werden meine kleinen kräuter beleuchtet es sind die wachstums lampen und das ganze wird gesteuert über dieses bedien display wo man halt über an aus und die zeitsteuerung einstellen kann jetzt ich hatte gerade den stecker aus deswegen läuft er jetzt zwei minuten ich habe es auf zwei stunden gemacht für wachstum und blüte und das ganze ist jetzt schon die version mit der zweiten lampe weil die erste von einem anderen hersteller versagt hat und die hier scheint deutlich besser zu sein also ich kann es empfehlen und macht was her für dich sagen oder